Musik Ich möchte dich bei Ihnen allen bedanken fürs Kommen. Die Zukunft, es geht um die Zukunft, die Leute haben wir hier. Musik Die Welt verändert sich und junge Leute verändern sich. Dafür muss man verstehen, was die jungen Leute wollen und sich da entsprechend anpassen. Musik Der Young Leaders in Sports Summit und Franz Punkt, die bilden die Brücke. Die Brücke zur nächsten Generation und zur übernächsten Generation von Leaders in Sports. Musik Ich finde das genial, wie der Franz Beckmann das schafft, so viele verschiedene Leute zusammenzubringen, also die sich sonst nie treffen würden. Ich bin in einer Politik zu Hause, komme dann mit dazu und wir reden, dann stehen Dinge. Das finde ich klasse, weil verschiedene Inputs, verschiedene Gedanken, Gedenkmodelle kommen zusammen und das ist beeindruckend. Musik Die Ideen, die vorgestellt worden sind zur Innovation im Sport, fand ich sehr, sehr interessant. Wo sind wir in zehn Jahren im Sport? Und das ist ja auch genau die Idee hier, diese Zukunft mal aufzuzeigen. Und ich gehöre auch schon eher zum alten Eisen, von daher muss ich mich da auch immer wieder öffnen. Musik Es geht um die Zukunft des Sportes, wie es im Sport weitergeht, um die Leute zu unterhalten und sie für bestimmte Themen zu begeistern. Lass uns daran arbeiten. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Musik Music mapping iya Musik Musik esa